Hallo, Herr Hänsel. Guten Morgen, Frau Heitschütter. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das kleine Interview. Wir sind zwar schon mitten im Jahr 2022, aber vielleicht noch mal ein kleiner Rückblick ins Jahr 2021. Wie würden Sie das Jahr zusammenfassen? Ja, wenn ich so zurückdenke an 2021, dann verbinde ich damit eigentlich zwei Begriffe. Auf der einen Seite sicherlich Anstrengung und auf der anderen Seite aber auch Freude, wenn ich an 2021 zurückdenke. Anstrengung sicherlich deshalb, weil wir wie viele, viele andere Unternehmen auch mit erheblichem Materialmangel zu kämpfen hatten. Das hat sich eigentlich auch durch das gesamte Jahr durchgezogen, von Anfang bis Ende. Und ja, verbunden mit Corona vielen, vielen Ausfällen, die wir in der Belegschaft auch zu verkraften hatten, Homeoffice, Quarantäneregelungen und natürlich auch Lockdowns in vielen Märkten international und national. Das war schon erheblich, was wir da im letzten Jahr schultern mussten. Und natürlich ganz, ganz wichtig als wirklich zentrales Element, die Kommunikation nach innen zu den Mitarbeitern und die Kommunikation nach außen zu den Kunden ständig am Laufen zu halten. Das war eine große, große Herausforderung, insofern auch eine große Anstrengung im letzten Jahr. Ja, und auf der anderen Seite natürlich aber auch die Freude, dass wir es dann doch im Gesamtjahr geschafft haben, die Lieferfähigkeit im Wesentlichen doch aufrecht zu erhalten und dann doch immer wieder Lösungen zu finden und der hohen Nachfrage dann auch gerecht zu werden, die dann das ganze Jahr über bestand, worüber wir ja sehr, sehr froh und sehr, sehr glücklich waren. Und am Ende dann sogar eine Rekordausbringung auf die Beine gestellt haben. Und da gilt der Dank wirklich allen Mitarbeitern, die da so toll mitgezogen haben und ja, tolle Leistungen da gebracht haben. Und insgesamt, denke ich mal, war auch das letzte Jahr für uns sehr, sehr positiv. Und weil die Welt, das sagen wir immer wieder, wird ja elektrisch, also ergeben sich da auch für die Zukunft sicherlich noch eine Menge Chancen für unsere Branche und für das Unternehmen Hänsel. Insofern wiegt da auch eine Menge Freude mit, wenn ich an das Jahr 2021 zurückdenke. Ja, auf jeden Fall eine große Herausforderung, die wir gut gemeistert haben. Und Sie haben es auch gerade schon angesprochen, 2022 ein, ja, wir sind mittendrin aber ein neues Jahr. Was können wir da so von Hänsel erwarten? Ja, vor allen Dingen erstmal, denke ich, viele, viele persönliche Treffen vor Ort, persönliche Kontakte. Und ich denke mal, wir sind es alle leid, mittlerweile uns online zu sehen, auf irgendwelche Kacheln zu starren und nur online miteinander zu kommunizieren, so gut das auch funktioniert. Aber ich denke, wir wollen uns alle wieder persönlich treffen. Und das wird uns dann hoffentlich gerade in der zweiten Jahreshälfte dann auch wieder gelingen, wenn die Messen wieder losgehen, wenn die Light and Building als Weltleitmesse in dem Bereich in unserer Branche dann auch wieder startet. Da freuen wir uns auch alle sehr, sehr drauf. Und ich denke mal, das geht unseren Kunden ganz genauso, dass wir dann wieder direkt miteinander kommunizieren können. Ja, bis dahin ist aber auch noch ein bisschen Zeit und die Zeit werden wir gut nutzen, um auch weiterhin hier viele, viele Online-Schulungen anzubieten aus unserem neuen Showroom, den wir im letzten Jahr gestaltet haben, neu aufgebaut haben mit viel, viel Aufwand, der natürlich an erster Linie auch dafür gedacht ist, dann Besucher hier zu empfangen, die sich dann in unseren Anwendungswelten hier aufhalten können, indem wir in den Anwendungswelten auch zeigen können, wie sich unsere Produkte dort verhalten und wie sie sich ja pudelwohl fühlen in diesen Welten. Ja, und das ist sicherlich ein Zweck, aber der andere Zweck ist natürlich auch, aus diesem Showroom, aus diesem neu gestalteten Bereich heraus in die ganze Welt zu senden und dann entsprechend unsere Kunden zu erreichen auf direktem Wege. Und ich denke, da haben wir hier einen tollen Fortschritt gemacht. Darüber hinaus, und das ist sicherlich auch eine tolle Entwicklung, wir können auch mittlerweile dann Schaltungen machen in die Fertigung, in die Qualitätssicherung, um dann auch denjenigen, die da an den Geräten hängen, zu zeigen, wie sieht es denn eigentlich konkret live in unserer Fertigung oder eben beispielsweise in der Qualitätssicherung aus. Das sind ja auch Einblicke, die bekommt man sonst so nicht. Ja, auf jeden Fall finde ich auch eine super Alternative, dadurch, dass ja jetzt im Moment alles noch so ein bisschen eingeschränkter ist, aber wir freuen uns natürlich auch darauf, wenn es dann bald wieder losgehen kann mit Präsenz.